Was geht Leute? Willkommen auf meinem Schöne. Ich muss die Kamera kurz so halten, wie man sehen kann. Guck mal, wie ich da halte. Ja, was ist da los? Heute geht's los. Heute ist hier bei uns Halloween-Aktionstag, Walk-In-Day und wir zeigen euch natürlich höchstpersönlich, was wir denn hier so alles an dem Tag betreiben. Und ja, dranbleiben. Ich gehe jetzt gleich in die Mini-Playback-Show-Kugel und verkleide mich. Du hast da heute auf den Kopf? Ja, das ist fantastisch. Vor allen Dingen, das ist verdriechend hier, man. So, wir stürmen den Ofen mal mit rein. Na klar. Was hältst du eigentlich von meinem 30 Euro Outfit? Was? Was hältst du von meinem 30 Euro Outfit? Fantastisch. Mega gut, oder? Die haben hier durchgebrochen. Was heißt Opel? Was? Was heißt Opel? Frag mich doch nicht. Opel Power ewig letzter. Der ist der... Oh, was? Holger flippt aus. Das müssen wir aufnehmen. Ja. Das ist Halloween. Holger in Aktion beim Drucken. Ich hasse ihn. Das klang ein bisschen komisch gerade. Das ist mit Salzgeschmack. So sollte das ja auch klingen. So sollte das klingen. Komm, ich leg dir mal einen richtigen Hasen. Ist das Fetame oder was? Was ist denn Flux? Ja, meine Kinder. Der Flux kann den Sator. Was ist los? Ja, man nimmt es jetzt gerade auf. Ja, du hast Sehnsucht nach Arbeit. Wir wissen es. Jetzt wirst du markiert. Bernd, such Job. Riesenarsch. Du hast so viel Blaubeerenkuchen. Riesenarsch? Und hat alle voll gekotzt. Ritiusöl. Ja. Hier ist er. Verstehst du, die können dann schwimmen. Die können dann schwimmen. Du hast jetzt die Möglichkeit, das als Bewerbungsgespräch zu sehen. Bewirb dich für den Job. Hallo, hallo. Hier ist der Blubberbär. Der Blubberbär. Der Blubberbär. Ich möchte gerne einen Job haben. Verdienst ist nicht ganz egal. Doch ein bisschen mehr. Ich mache alles. Eine Hure. Ich bin auch eine Hure von mir aus. Ich tue alles. Aber das Geld bestimmt. War die männliche Hure soeben. Ja, ich transportiere auch gerne Drogen. Oder keine Ahnung was. Dinge Menschen um. Oder was da immer gerade so anfällt. Also du, so einen langen Wegpieper gibt es ja nicht. Ja, ich sei mal kein Bock. Hier ist er. Und brennt's? Jetzt mal was anredt, Jungs und Mädels, wer Hunger hat, hier hinten ist alles voll, in der Küche, wie ihr sagt, stehen ist ja hier mit dem Weitchen, das wissen wir ja alle. Was? Nee! Holger, du wärst der Erste, der das wüsste, ohne dich trinke ich nicht. Wir trinken heute aber noch einen Schnapf, den ekeligen. Den was? Den ekeligen. Heute? Klar. Wann denn? Na, wenn wir nachher durch sind. Ich hab keine Schmerzen bei ihm, ich spüre das wirklich nicht. Ja, Holger ist zärtlich. Er kann auch anders, also jetzt nimm den mal hier nicht für einen Schutz. Doch, kann sie. Ja, kann er anders? Da ist doch jemand, der ist winziger als du. Komm mal her zu mir. Geh doch mal hin. Freut er sich drüber. Kommt nicht oft vor. Guck mal, da kann er sein. Guck mal. Holger, guck mal. Ja, ich bin dabei. Ein riesiger. Da sagt er dann immer, na meine Kleine. Kommt nämlich nicht oft vor. Durfte ja nicht mehr funktionieren. Ich mache heute Linien und Lobby in Akkord. Genau in Ausschnitt. Wo ist denn dein Messer? Wie ist denn der bitte da reingefahren? Was ist denn auf der Sticht, oder? Ja, aber ich verstehe auch nicht, was da ist. Ich habe gar nichts gesehen. JP war auch hier? Genau. Ja. So, es ist wie immer was los. Sascha ins Auto gerast. Alte Menschen. So ist der Nummer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was, du nicht die Zeugin? Wieso bist du denn schon wieder drin? Haben die hier noch von dir? Ja. Hier ist er, sieht aus wie Feierabend. Ja, ne? Ja, wa? Er isst mal. Mhm. Genau. Richtig krasses Bild. Prostnummer. Holger? Weißt du wie Feierabend Hoodie ist? Wie? Euer Hoodie. 39,90, wa? Sascha? Er ist gerade konzentriert, deswegen wollte ich ihn nicht hören. Achso. Alles gut. Happy Halloween! So, jetzt gucken wir uns mal den Schaden an hier von Sascha seinem Auto. Total. Total. Ich sitze gerade richtig weit weg von dieser Kamera, das kann man gar nicht glauben. Ich glaube, wenn es jetzt hier einer sehen würde, das ist ein Safe 2 Meter. Und ja, für euch sieht es so aus, als wäre ich direkt davor. Haha, voll toll. Ah, ich liebe Technik. So, kommen wir nochmal zurück zum Aktionstag, der hier war. Ähm, ja. Katastrophe! Kann man das eigentlich nur nennen. Das war, äh, ja, ein Schuss in den Ofen, sag ich mal dazu, aber im positiven Sinne, ne? Das müssen wir noch dazu sagen. Äh, ich bin froh, dass es so gut geklappt hat. Ähm, es hat ein bisschen zu sehr geklappt. Ähm, aber das ist ja auch gut so. Denn wir sind jetzt sozusagen, ähm, ja, bewaffnet fürs nächste Mal. Ja, wir wissen jetzt nämlich genau, was wir tun sollen und sollten lieber zwei, äh, gehilfen sozusagen noch haben, die hier und da, äh, rumrennen und ein bisschen, na, was machen, die Kamera halten und hier und da macht dann der eine da was. Hier muss man ja schnell wieder den Müll wegbringen und dann wieder eine neue, äh, Tüte reinmachen und Material müsste schneller vorbereitet werden, weil wir haben insgesamt, wir haben mal so zirka gezählt und zirka heißt nicht, dass wir unter 40 Kunden waren, sondern über. Ja, es war definitiv 40 amana fucking Kunden. Wir hatten 40 Kunden, also zirka, mit circa mancher drüber noch, ja. Das heißt, ich denke so 41, 42 Leute waren es auf jeden Fall safe über 40 Leute. Wir haben echt, ohne Scheiß, 40 Leute gearbeitet. Ist unglaublich. Ich glaube, äh, ja. Also hat es hier bei Tintville auf jeden Fall noch nie gegeben. Es geht immer weiter nach oben der Pegel, wie man merkt. Und, äh, ich freue mich da riesig drauf, ähm, auch aufs nächste Mal jetzt. Äh, wir werden mal gucken, wann wir wieder so was starten werden. Äh, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, ich habe gerade meine Haut abgezogen. Ich wurde tätowiert. Hier, guck mal. Äh, wie das aussieht. Guck mal, wie so ein Lappen soll. Äh, eine Mücke. Fick dich Mücke. Ja, äh, ein großer Dank geht natürlich raus an alle, die mitgemacht haben, die hier waren. Und, äh, es tut mir leid für die Leute, die sechs Stunden am Stück, ja, doch, ähm, ja, es waren sechs Stunden, äh, warten mussten. Das ist natürlich ein riesen Albtraum, aber, ähm, es ist ein Walk-In-Day. Darf man nicht vergessen, ne? Walk-In-Day heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ganz klar, bei uns ist es, wer zuerst kommt, ja, äh, malt nicht zuerst, sondern kriegt zuerst die Nadel. An dieser Stelle, Grüße gehen raus. Auch, ähm, wenn man sagen muss, dass, ähm, zum Schluss denn, was heißt zum Schluss, so, ähm, ja, ein bisschen mehr als in der Mitte, na, so beim Dreiviertel, wo fast der ganze Tag zu Ende war, also, ja, doch, Dreiviertel kann man sagen, ähm, ist mir dann halt ein Herr reingefahren, ein älterer Mann, ähm, hat natürlich hier und da ein bisschen so ausredenmäßig das erzählt. Ich war ja gar nicht im Auto, also sprich, er ist in einem parkenden Zustand reingefahren in meinen Wagen, hat das halt erzählt, weil, ähm, er meinte, irgendein Auto auf der anderen Spur, ähm, ist in seine Spur gefahren. Das wird aber nicht so gewesen sein. Was er wahrscheinlich nicht gecheckt hat, ist, dass hier drei Spuren sind sozusagen, ja, also dreispurig in die eine Richtung und seine entgegenkommende sozusagen dürfen zwei Autos gleichzeitig nebeneinander fahren und in seine Spur, wo es nach da geht, nur ein Auto. Ja, das heißt, hier waren zwei, die vorbeigekommen sind. Man merkt schon, ich war in die Kommentare schreiben, falls ihr bis hierhin überhaupt das Video gesehen habt, weil es geht wahnsinnig lange, glaube ich schon wieder, ich glaube, über zehn Minuten oder fast zehn Minuten. Naja, werden wir sehen, wenn ich das jetzt hier gleich reinpacke. Und, ähm, was sagt ihr dazu? Also meiner Meinung nach, das habe ich schon auf Instagram gestartet und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, die für mich gesprochen haben und zwar ziehe ich euch ganz schnell meine Sicht. Ähm, und zwar, ich bin der Meinung, dass Menschen ab einem gewissen Alter sollten kontrolliert werden und zwar jährlich, sprich, die müssten so was wie bei einer Fahrschule einen Test absolvieren, was nicht viel Geld kostet, aber ein bisschen was, damit die Fahrschulen auch wieder mal ein bisschen mehr verdienen, weil ich finde, die haben, äh, arbeiten, Mann, die, ähm, ja, sorgen für richtige, krasse, ähm, ja, Leistung, also, Mann, was ich, Mann, jetzt fehlen mir die Worte, verdammte Scheiß, das muss ich hier rausschneiden, aber ich werde es nicht tun, Mann, ich wollte es in einem Steck hochladen, verdammte Kacke. Ja, da kann man mal sehen, wie viel man ab und zu mal schneiden muss, weil, äh, jetzt hab ich sogar, äh, ey, fast die Mücke im Mund geflogen, äh, ne, ich hab mich nur verschluckt. So, ja, auf jeden Fall an dieser Stelle was ich sagen wollte, ist, es ist schon, ich hab den voll fucking Fahnen verloren, ich könnte ausrasten hier gerade, nein, ähm, ähm, ich bin halt der Meinung, dass ältere Menschen einfach, äh, ein gewisses Alter jedes Jahr kontrolliert werden sollten, ob sie überhaupt noch fahrtüchtig sind, weil meiner Meinung nach ist dieser Herr nicht fahrtüchtig gewesen, aus folgendem Grund, nicht im geistigen Sinne, wobei ich das auch noch unterstrahle, reichen würde, weil geistig gesehen war ja auch nicht ganz anwesend, aber das kann man jetzt nicht beurteilen, denn der junge Herr stand sehr doll unter Adrenalin, Junge Herr, alter Herr, so, ähm, ja, aber körperlich gesehen mit einem humpenden Bein und zwar mit dem hier, womit man auch Gas und bremst, Gas gibt und bremst, meine ich, ja, ist es natürlich schon echt verdammter Albtraum, wenn man mit dem Bein nicht mehr wirklich viel anfangen kann, äh, das tut mir natürlich leid an dieser Stelle, aber wie gesagt, dann darf man auch kein Auto fahren, ganz klar. So, ich hab jetzt Stress an der Backe, Schaden übrigens sieht jetzt nicht katastrophal aus, äh, haben auch einige denn hier gesagt, ja, gar keine Frage, aber es geht um die Zeit, ja, die Zeit wird dir nicht bezahlt und die Zeit musst du haben, du musst zur Werkstatt fahren, du musst eine RKÜ machen, du musst einen Reparaturauftrag besorgen, du musst telefonieren, du musst dies, du musst das machen, ihr glaubt gar nicht wie viel Stress das eigentlich ist und jetzt kommt das, der Gutachter hat sich das angeguckt, der Schaden beläuft auf, ha, halt euch fest, das sind nur Kratzer, aber dieses Auto, was dagegen gefahren ist gegen mein Mercedes, hat das komplette, also mein Auto so ein bisschen leicht geschoben, das heißt ein gewisser Druck war an dieser Stelle schon und hat den Sensor vom Spiegel kaputt gemacht, kein Scherz, das ist wirklich so, weil der Sensor befindet sich da drunter, hat mir der Gutachter schon erzählt, ähm, wir sind bei einem Schaden von, es waren 5200 bla 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 und zerquetscht, ja, dann wisst ihr mal Bescheid, was alles so passieren kann, wenn man nur leicht dagegen fährt, wobei leicht kann ich nicht beurteilen, denn ich hab's nicht gesehen, sondern nur die Zeugen, oder Zeuge sogar, Zeugen, ach, auf jeden Fall mehrere. So, an dieser Stelle gibt den Däumchen, äh, ne Quatsch, gibt dem Video ein Däumchen nach oben und, äh, abonniert, ne Quatsch, ähm, man aktiviert die Glocke, das kann ich schon wieder nicht und, äh, wir sehen uns im nächsten Video, ähm, bis deine Antenna und rein. Wie versucht sich, äh, halt, wie die Kamera versucht, mich zu finden. Ha. Ha. Ha.